Was für spannende Märkte, da muss man auch mal wieder den Chart bringen. Hier der DAX und zwar übergeordnet. Wir haben hier die deutliche Abwärtsbewegung, nur dass wir uns das Gesamte mal vor Augen halten. Das war der Start um Weihnachten rum, der Anstieg, den wir hier nach oben hatten und der Markt hier hinten wieder nach unten. Und man kann es ja andeutungsweise sehen, da liegt ein bisschen Unterstützung, da liegt ein altes Zwischenhoch, da liegen ein paar Fibonacci-Cluster. Also da ist schon ein wenig an Unterstützung im Markt und man kann ja hoffen, dass der Markt dort jetzt steigt. Die Chancen sind nicht ganz schlecht. Trotzdem kurzfristig sind Shorts immer noch möglich. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man auf den US-amerikanischen Markt guckt. Hier mal kurzfristig, hier also im 5-Minuten-Chart nicht vergleichen und nicht verwechseln mit dem langfristigen Bild jetzt hier. Wir sehen, wir sind hier runtergekommen und jetzt im Moment wackeln wir nach oben. Und einfachste Art und Weise hier, sich dem Chart zu nähern. Dann guckt mal die Aufwärtsbewegung und das ist ganz klar eine Aufwärtsbewegung. Da beißt die Maus keinen Faden ab und vergleicht die mit der Abwärtsbewegung. Und dann überlegt man sich, welche ist einfach geiler, welche ist schubmäßiger, welche ist stabiler, stärker und so weiter. Und dann sieht es doch danach aus, als ob das hier eher ein Kampf ist. Wir hatten so ein ähnliches Bild heute im Trade des Tages. Da will ich noch nicht zu sehr vorweg greifen, einfach selber gucken. Da kann man einerseits natürlich immer wieder Trades rauslesen, die man vielleicht umsetzen kann. Aber auch natürlich Sachen mitnehmen, selbst wenn man es verpasst hat. Das war etwas sehr kurzfristiges, was wir auf dem Plan haben. Was sich aber immer wieder auch tatsächlich ergibt, was man quasi jederzeit im Chart immer wieder findet. Beim Dow haben wir es hier noch gerade vor uns. Also auf jeden Fall einen Hingucker im Zweifelsfall vergleichen mit unserer DAX-Überlegung. Und dann mal schauen, ob man das hier analog eben für die, die den amerikanischen Markt am Nachmittag vielleicht auf dem Fokus haben, nochmal umsetzen kann. Vielleicht auch spannend Gold in dem Zusammenhang, gerade jetzt unter dem Hinblick, dass der Markt ja vielleicht irgendwo einen sicheren Hafen sucht. Hier ebenfalls das längere Bild. Hier ist noch der Sommer. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich es auch wirklich richtig gucke. Das war August 2018. Hier unten das Tief, also hier auf Tagesbasis und das Wackelige runterkommen. Also interessanter, witzigerweise genau das, was wir die ganze Zeit ansprechen, sogar auf übergeordnete Ebene. Wir haben gute Voraussetzungen, jetzt bald mal wieder auf die Long-Seite zu wechseln im übergeordneten Bild. Im kurzfristigen haben wir das ja sowieso schon. Wir sehen das hier unten. Wir sehen das hier unten, dass wir hier im kurzfristigen, das ist 15-Minuten-Chart ebenfalls, Schub nach oben, ganz klare Bewegungsrichtung, wackelig nach unten. Also eigentlich beste Voraussetzung für die Long-Seite. Naja, wir kennen das ganze Spiel. Erstmal triggern lassen, das ist wichtig, um zu gucken, ob man da noch irgendwie was im Fokus oder im Petto haben sollte. Ansonsten heute Nachmittag ist so im Wesentlichen datenseitig nichts mehr zu erwarten. Wir können also gucken, dass wir uns heute auf den Markt fokussieren. Natürlich können einzelne Unternehmensdaten, wir haben ja immer noch Earnings-Seasons, wobei die Amerikaner weitestgehend durch sind. Naja, zumindest mal die ganz Großen, die sind durch. Wir haben aber immer noch wahnsinnig viele Titel, auch international, die anstehen. Ich habe sie jetzt nicht alle auf dem Plan. Wenn Sie sich einzelne Aktien auch angucken, immer noch mal schauen, ob Ihre Aktie vielleicht heute oder morgen oder in den nächsten Tagen vielleicht noch Ihre Veröffentlichung vor sich hat. Denn das könnte bedeuten, dass der Markt da zumindest in den einzelnen Titeln ein wenig gäppi ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen erfolgreichen, einen schönen, einen spannenden Nachmittag. Natürlich am Ende mit Erfolg. Das wünsche ich von ganzem Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.